Hallo, hier ist euer Frank Neuenfels. Ich werde ja ganz oft immer gefragt, Mensch Frank, was hörst du privat eigentlich so für Musik? Auch Schlager? Na klar, auch Schlager, aber ganz oft auch im Auto zum Beispiel oder auf Partys ganz andere Musik. Und heute habe ich ein sehr, sehr cooles Beispiel von einem Album, was ich sehr, sehr gerne höre aktuell, denn es ist brandneu und wonach ihr hoffentlich daheim süchtig werdet. Es ist dieses hier, das neue Album von der Lancaster. Und wir hören mal direkt rein. Genau das ist dieser typische DeLancaster Sound, den wir brauchen jetzt im Sommer und im Herbst und im Winter und nächstes Jahr im Frühling. Also wirklich, dieses Album reingelegt in den CD-Player und die Party geht los von Track 1 bis 19. Ich hab mir geschworen, ich leb endlich wie ich will, dass ich nur an mich denk und für dich nichts mehr fühl, ich hab mir geschworen. Die Lancaster präsentiert die besten Party- und Schlager-Hits Reloaded auf diesem Album. 19 Tracks sind dabei So klingt der Sommer, der Sommer unseres Lebens mit Buddy. Das wird der Sommer, der Sommer, der Sommer, unseres Lebens sein. Aktuelle Hits und die großen Songs von damals in einem neuen musikalischen Gewand. Das ist DeLancaster. Unter anderem auch auf diesem Album ein großer Hit der 80er aus der neuen deutschen Wellezeit. Tretboot in Seenot mit Fräulein Menke, so wie ihr es garantiert noch nie gehört habt. Aber, ganz wichtig, ein Song, den jeder mitsingen kann. Die Module spielen verrückt, Computerliebe. Auch das ist DeLancaster. Internationale Sounds und aktuelle Top-Platzierungen in den deutschen relevanten DJ-Charts. Das ist das Projekt DeLancaster. DeLancaster, das sind Georg Fischer und Thomas Michael Lackmann, der unter anderem auch mein Produzent ist. Und die sind verantwortlich für ganz, ganz viele Hits. Aktuell zum Beispiel für Ben Luca und Major Tom. Dieses Album ist absolut hitverdächtig. All das, was ihr braucht für eine gute Party, findet ihr hier auf diesem neuen DeLancaster-Album. All die Songs, die ihr von damals kennt, unter anderem die großen Hits der 80er. Und da hat DeLancaster ein Riesenbrett am Start. Terra Titanic. Terra Titanic Das ist mein persönlicher Album-Tipp für euch. Ich gehe gleich los und hole mir ein Exemplar. Warum? Ich habe ja schon eins. Naja, falls das mal kaputt geht. Und ihr bestellt es euch am besten jetzt sofort. Oder lauft los und holt es euch bei eurem CD-Händler des Vertrauens. DeLancaster, das Album, die besten Party- und Schlagerhits. Reloaded. Viel Spaß mit guter Musik. Bis zum nächsten Mal.